Wie man spricht. Die sächsische Sprache ist nämlich überhaupt nicht so einfach zu erklären. Da muss man sich auch dicht anstrengen, wenn man als ungeübter Dämmische ist, wenn man nicht von dort kommen tut, da man was nachmachen will. Ich will mal probieren, ob ich das so erklären kann, dass doch jeder weiß, wie er es zu machen hat. Also, zuerst einmal muss man schon ein bisschen nach vorne schieben. Ich meine den ganzen Untergiefer, sonst kann man gleich einpacken. Werde das nicht gönnen, sollt ihr am besten gleich nach Bayern nunter machen und dann ihre Sprache studieren. Wir lassen uns doch unser schönes Sechstorch gehen, verhunzen. Also noch einmal. Untergiefer nach vorne, dann den Mundwinkelhäppchen nach unten zerren. Und das war's auch schon bald. Wissen Sie, warum das bei Sie nicht klappt? Weil Sie die Kusche zu spitz machen, machen Sie doch mal richtig Lippenbret. Sehen Sie, gleich viel schöner. So sehr schwer ist es nämlich wirklich nicht. Aber gelernt sein muss es auch. Obwohl, wenn man bedenkt, dass du das schon die ganz kleinen Kinder in Leipzig oder Wurzen oder Ohschatz oder Dresden kennen, da sollte man sich als Erwachsener nicht so blöde anstellen. Wie sieht denn das aus? Sie werden es doch nicht von so einem kleinen Rotzlöffel aus Lambertswalde blamieren wollen. So, nun wollen wir mal gucken, ob sie mit den Lauten zurechtkommen tun. Eber haben wir nämlich überhaupt nicht. Wenn man sich da die Konsonanten vornehmen tut, kann man feststellen, dass die mal GP haben. Das tun wir auch nicht gebrauchen. Nun kann es aber passieren, dass die Kinder in der Schule mal über die Herstellung von Bappe oder Papierreden tun und es wird auch immer in ihr Teilschef schreiben müssen. Da sagt dann der Lehrer, Da tun die kleinen Intelligenzbolzen gleich wissen, was das ist. Stark, hä? Oder auch mit dem Gas sind wir ein Häppel gestraft, wenn wir das auch nicht haben. Die Kinder kaufen in ganzem Kaugetscher. Und der Vergeifer weiß auf der Stelle, dass die kleinen Wänster Kaugummi mähen. So sagt es aber keiner. Das klingt so geginstelt. Manchmal ist es überhaupt nicht so einfach zu kapieren, was einer mehnt. Wenn ich mir da das Wort Dür angucke, woher soll ich denn wissen, ob einer eine Tour machen will oder ob er nur ein Stück auf der Trompete in Dür blasen will. Das ist dich, Zweiteitsch. Da kann man auch immer in die Fettnäpfchen treten. Noch viel komplizierter sind die Vokale. Da gibt's Regeln, die gibt's überhaupt nicht. Fast G-Laut aus dem Hochdeutschen wird so gesprochen, wie man das Schreiben tut. Früher hat man mal eine Stadt mit drei A, da haben sie Namen geändert, weil das G nur sprechen könnte, so wie man schreiben tut. Jetzt heißt das Nest Gemnitz. Vorher sagte jeder gar morgens Stadt. Das A wird im meisten Tils wie O gesprochen. Aber wir verstehen uns Knurke. Wenn ich Papa rufe, wenn ich nicht mein Bobse, sonst müsste ich auch Bobo rufen. Nee, der Papi, der Papa soll kommen. Oder wenn ein Wort mit der O anfangen tut, muss man das richtig ein bisschen zum U werden lassen. Eigentlich heißt der Großvater Opa. Aber das ist schon die hohe Schule. Da müssen sich noch ein Heppel mehr beminen und nicht alles einfach so E-Fellsch nachquaken. Das E ist eine scheißliche Angelegenheit. Das ist eine Gunst. Merchendales sprechen wir da einfach ein Ä wie bei Sänse. In der Doppellaute find ich überhaupt G aus. Nein, wenn du da keine Ahnung hast, bist du tatsächlich verloren, wenn du von auswärts kommst. Da brauchst du nicht gleich rupsch zu werden. Oder zu dickchen. Da musst du dich eben auf dein Bobo setzen, Lauschlöffel aufsperren und ihm. Wenn du da einer Gucke de Meise plägt, meint er hundertprozentig de Mäuse. Denn welchen in der Meise täte der nicht so eine Gesümse machen. Aufpassen müssen sie bei das Ei und bei das Au. Aus dem Ei kann man nur ein Ä machen, wenn dir das Wort schon immer mit dem Ei oft getreten ist. Zum Beispiel heißen die Beine bei uns Beine. Aber machen sie aus dem Weib nie ein Weib, das ist falsch und versteht gehen aus. Das liegt daran, dass die unsere Vorfahren erst in der Wand mal Weib oder so geblickt haben, wenn die Olle kommen sollten. Auch das Au dürfen sie nur zu einem Au machen, wenn der Laut immer so existierte. Zum Beispiel laufen wird zu laufen, aber Zaun niemals zu Zaun. Wenn sie das falsch machen tun, merkt jeder, dass sie Gehäsch der Sachse sind. Wenn sie sich das alles mal auf der Zunge zergehen lassen tun, merken sie, dass die mir mit viel weniger Lauten auskommen als die anderen. Wir haben keine harten Vokale, wir haben nicht so ein Morgs wie das X und Y oder auch Q. Nach einem V brauchen sie auch nicht zu gucken. Davor haben wir ein F oder ein W. Unsere Kinder haben es viel einfacher. Bloß wenn sie mal ein Hochdeutsches Diktat schreiben sollen, haben sie einen Schlamassel. Da kann es schon mal passieren, dass sie sich ein paar fürchterliche Fehler einschleichen tun, weil die kleinen Düsseldiere beim Zuhören gebauft haben. Und das kommt in die besten Familien vor.